Kanchita Wurst, 30, ist nicht mehr wieder zu erkennen. Der Sänger überraschte nun mit einem ungewohnten Look, der das Internet spaltet. Kanchita Wurst ist ein richtiges Chamäleon. Immer wieder überrascht der Sänger mit neuen Looks. Ob schwarze Locken, blonde Wallemäne oder Longbop der 30-Jährige liebt das Spiel mit der Veränderung. Nun hat sich der Eskapsieger sich aber etwas ganz besonderes einfallen lassen. Für den gradzertunten Ball hat Kanchita die Perücke abgelegt und kam mit Glatze. Die Kopfhaare sind zwar komplett weg, der dichte Vollbart ist jedoch geblieben. Dazu kombinierte der Österreicher ein rotes Kleid mit tiefem Beinschlitz, das auch Blicke auf seine unrasierten Beine gewährte. Der Ausnahmekünstler hat schon vor einer Weile verraten, dass er nun seine männliche Seite betonen möchte. Erklärte der Travestista bereits im vergangenen Herbst. Der neue Look von Kanchita Wurst spaltet das Netz. Einige User feiern den 30-Jährigen für seine krasse Typ-Veränderung, andere finden es total daneben. Das Foto kommentieren sie so, lange werden sich weder die Fans noch die Heita an seine neue Erscheinung gewöhnen müssen. Wie Bild berichtet, ist die Glatze nämlich gar nicht echt.